So Leute, wir haben jetzt vier Supporter in einem Team. Dann schauen wir mal, wie das geht, Leute. Das soll angeblich ein Ardic Grit Bar Toplane werden. Und ein Sterex Blitz Trinity mit Jungle. Nein, man kann, es gibt immer noch die Regel, du kannst alles spielen, solange du nicht suckst, ne? Ich denke, Blitzcrank Jungle wird hier deutlich schwieriger werden. Schaffen wir den, Alter? Boah, ich glaube fast nicht, ey. Ja, okay, komm. Beep, Beep, Bob. Initialisierung. Oh, der kriegt ganz gut Damage, weil wir AD-Damage, äh, er kriegt mehr AD-Damage. Das geht, den shoppen wir. Wir haben auch noch unser Schild. Das Ding ist, wir müssen jetzt, glaube ich, echt schon shoppen gehen, weil sonst ist RIP. Na, ich würde gucken, dass wir eigentlich das Jungle-Item bauen, aber wir haben natürlich Predator und deswegen brauchen wir Schuhe. Na, Schuhe, ran damit. Und los. Dadurch hast du ja meine Inspiration als zweiter Tag habe ich deutlich mehr AD. Also, das gleicht ein bisschen aus. Gehst du wohl weg? Das ist meine, aber danke, dass du mir hilfst, hier beim Klieren. Das ist unglaublich krass, wirklich. Also, er hat mir wahrscheinlich jetzt 50 Sekunden hier Klierzeit gespart. Let's go, Leute. Ich habe halt nur Mana für eine Q ist das Problem. Ich glaube, ich benutze meine E. Bip. Bop. Bip, bip, bip. Bop, 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 bop. Ich habe halt keinen Mana, aber ich out-hitte dich. Nice Q, by the way. Nice Q. Ich habe gleich, ich hatte Flash E. Flash E! Geboxt, das Ding ist. Ich habe Red Buff, den von Ribbon will jetzt kommen. Auto-Hit, Auto-Hit, Auto-Hit initialisieren. B ist an. B, 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 b. Alter, die beiden. Baden Blitzcrack, Alter. Das ist so. Oh, Botland, Leute, da sehe ich mich. Ich muss nur ein Grab landen. Oh, shit. Fertet das an. Oh, was? Ähm, hallo? Die stirbt aber noch. Ich lebe, oh mein Gott, ich lebe. Wie das? Ich habe mich irgendwie, ich dachte schon so, ich habe schon, ich habe einfach in meinem Leben schon abgeschlossen. Und ich laufe einfach raus. Okay? Gut. Er kam, er sah und er nahmte sich den Kill. Ja, nahmte, sonst passt das nicht. Wir haben Predator, wir können auch mit Land gehen tatsächlich, aber. Ja, lass mal mit Land Sandwichen. Hier, geh rauf, komm. B, 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 b. word of what? Overloid, Overloid, Overlaut, 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 Overlaut. Okay. War, also, actually. War das ziemlich, ziemlich einfach. Ich habe mir das deutlich schwerer vorgestellt. Aber wahrscheinlich bin ich auch einfach richtig v prepared. obwohl ich könnte eigentlich den betteln du musst schon wieder ready ich hatte ich verdient gehabt es zu überleben removing wir aha andere laut der durch die initialisierung gestartet die kein sprit dann raus na gut ist okay kein leben kann man mit dem mann und dann gehen wir top lernen ich habe eine rechnung mit dem offen red dann top die töten wir schauen wir das hin zu töten ich habe keine scheiße mit und hätte ich ihn glaube ich vielleicht wahrscheinlich auch nicht geschafft ich bin bereit ich bin bereit ich bin bereit zu jederzeit ich bin bereit aber man könnte er läuft aus hängt aber jetzt okay das war in ordnung jetzt können wir tritt jemand aber bart und ich sind und schlagbar let's go m ν d4 okay ich bin raus later 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 sich AG? Ja komm her, okay, Round 2. Ah man, was das Weltkosten-Spaßverderber. Ich bin Sniper-Main. Sniper-Main. Eine falsche Bewegung. Nein, 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 jetzt bin ich wieder Spaßverderber. Komm her, du komischer Ölwurm. Ölwurm, Schlag. Der hat auch kassiert, ey. Der hat sich eins in die Rübe gesammelt. Zack. Oh geil, 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 geil. Ich bin gleich da. Der ist das. Ilau, ja. Fredl das an und let's go. Oh, hier schon wieder die komplette Eskalations-Party. Ich weiß nicht, ob das reicht, wenn ich noch mit dabei bin, aber ich bin dabei. 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 Ähm, okay. Ähm, ja, okay. Das ist wahrscheinlich besser so. Au! Abwege! Ölbummschlag! Oh, schade. Der wäre echt cool gewesen. Oh, was habe ich hier? Ich habe einen Fisch. Oh. Schade. Schade, dass ich keine Ehr hatte. Das wäre geil gewesen. Da komme ich nicht rüber, glaube ich. Ah, shit. Das war ein bisschen. Ich bin aber hier. Guten Tag. Ah, ja, geil. Oh, geiler Damage. Ah, kommt schon. Einer, einer noch. Ah, ich bin raus. Later, 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 later. Ah, okay. Ich bin ein Trottelkopf. Aber er ist tot. Moment, ich klopke mich gerade noch hier mit dem Boy. Ich hätte Bum-Bum-Blitzprank gebraucht. Ich bin da. Und bin unterwegs. Let's go. Jetzt geht er weg. Let's go. Schuhe ist an und go. Bum-Bum-Bum-Bum. Bum-Bum. Zer. Tschüss. Klappt ziemlich gut sogar. Muss ich tatsächlich sagen. Actually. So, wir können ja mal gucken, ob wir jemanden abfangen. Allerdings ist euch kein Mahler mehr. Vielleicht ist ja der Blue Buff da. Wir gucken mal, ob er da ist. Guten Tag. Nice. Allerdings muss ich den jetzt hier rüberkarten, sonst resettet der, oder? Ich mache echt eigentlich gar nicht so schlechten Schaden. Also es geht so. Was? Stopp. Den machen wir. Oh fuck, er ist hier geworden. Den machen wir trotzdem. Bzzzzzzzzz. Heng. Tschüss. Ja, haha. Nicht mit mir, Freund der Sonne. Nicht mit mir. So nicht. Oh, geil, dass ich mich. Ähm, wie ist tot? Die Frage ist, ähm, ich bin unterwegs. Ich bin wirklich unterwegs. Du musst hier lang. Hier, 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 hier oben. Hier. Hier ist mir die Musik. Danke. Oh, guten Tag, bro. Allerdings, der ist halt fies schon. Er so. Arschlag. Schlag. Wollen wir mal hier. Leute, Z, wir brauchen dich. Ich seh nix. Ich seh nix. Ich seh nix. Aaaaaaah. Uff. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Shit. Fuck, 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 fuck. Also, wir haben nicht genug Damage. Wir müssen wirklich ein bisschen, äh, Jinx ist auch, okay, sie ist 10,8, Leute. Na, sie ist nicht gerade so 0,6-artig Carry, sondern halt 10,8. Den können wir smiten. Nicht, dass der auch noch flöten geht. Irgendwie, hier kann ich halt beim besten Willen nicht fighten. Aber da seh ich mich. Da bin ich immer unterwegs. Links sind da sind wir viele. RIP. Ah, das ist der falsche. Aber den können wir eben den GA mitnehmen. Ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus. Ich seid doch nicht so nachtragend. Ah. Aber wir können ja ruhig ein paar Grabs versuchen. Irgendeiner wird landen. Wir müssen eigentlich nur warten, bis einer meiner Grabs trifft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sollte vielleicht Blitzcrank main werden. Okay, das war's schon wieder. Aber ich bin noch da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Deine Mama. Schaffen wir die mit Lulu zusammen? Weiß ich nicht. Glaube nicht. Das Problem ist, ich glaube, Jinx kommt gleich. Ja. Hm, nein. Scheiße. Fuck. Das ist natürlich ruhig. Die Idee war gut. Ausführung war gut. Leider war das Stundenlash ziemlich ruhig. Boah, ich bin noch da, ich bin noch da. Later. Boah, die ist ja explodiert. Können wir noch was machen? Boah, weiß ich nicht. Ich muss erstmal raus. Ich hab alles auf Cooldown. Ähm, potenziell ja, wenn wir gleich was ready haben, aber nur da. So. Können wir da noch was machen? Mit Bart zusammen, ja. Fört das an. Nice. In dein Gesicht. Sehr gut. So, jetzt holen wir uns noch, äh, Jinx. Oh, 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 ich hab halt kein Grab gerade. Äh, ja, komm. Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Du musst mir helfen, Bro. Äh, okay. Ich dachte, er kommt direkt mit mir helfen. Riven kommt hier gleich reingeholtet. Und ich bin noch nicht da. Ah. Ich komm wirklich mit. Okay. Ich hab aber, ich hab gar nichts. Jetzt müssen wir falten. Go mit, Leute. Sie sind zu viert. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Jetzt geht halt Lulu schocken. Okay, wenn ich OP, aber... Also eigentlich sollte Lulu jetzt nicht schocken gehen. Tag. Hallo. Ich glaub's... Ah. Ah. Okay. Vayne war natürlich typical, wie immer, ne? Komplett Yolo. Oh, geil. Der auch. Ne, Vayne? Typical. Ich hab noch, ich hab noch, ich hab... Ähm... Hier, ich hab sie mitgebracht. Bin wieder raus. Viel Spaß mit dir. Tschüss. Ja, ich... Ähm... Ich könnte gleich flashen, Leute. Ich flash gleich, Leute. Ich flash. Ah. Ja, das ist halt... Sie hat halt flash. Was ein Massaker-Game, Alter. Das gibt's doch nicht. So, let's go, Leute. Bin wieder am Leben. Weiter geht's. Oh, Master Yi. Aber Master Yi-Spieler sind halt genauso wie Vayne-Spieler. Die sind genau eins zu eins dasselbe. Ich geh einfach komplett sinnlos Yolo da rein, ey. Das gibt's doch gar nicht. Oh, kein... was creditors an das hat 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 das weiter schon wieder ausfragen jetzt wollen wir wieder da haben wir wieder wehen selbst hier bleibt ruhig da ganz ehrlich also das gute sind jetzt 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 die tüte sie ja könnte sie autojack okay ich werde es mal hängen ich bin unterwegs das an nicht aber vielleicht können wir die alle noch töten danach wenn jetzt alle dafür sterben das ist okay wer ist das da das wird oder ja okay sie schon fort es geht mal schnell als gedacht ich denke ich muss dir so einen richtigen fight machen dann platz sie aber direkt was jetzt können sie noch mal gg schreiben ja ich hole sie aus ihrem kabuff da hinten raus guten tag aber bitte herkommt okay wir könnten den flash e machen okay ja gut schöne runde nice game kaum wie viel mit leben herrlich 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 oh 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 oh